Hi, mein Name ist Bruno Beder, ich bin Personal Trainer und seit drei Jahren selbstständig und den Phil habe ich vor circa zweieinhalb Jahren damals kennengelernt auf einem Event. Er hat mich mega abgeholt. Abgeholt in dem Sinne, dass das, was er gesagt hat und wie er das gesagt hat, mich echt zum Nachdenken gebracht hat und für mich dann die Entscheidung dann feststand, ihn persönlich besser oder näher kennenzulernen. Durch die Zusammenarbeit von ihnen haben sich natürlich einige Türen für mich geöffnet und vor allen Dingen habe ich mein Denken vom Selbstständigen zum Unternehmer gewechselt und das hat auch für mich als Personal Trainer viele, viele Vorteile mit sich gebracht, unter anderem das Thema Geld. Ja, also das Mindset grundsätzlich zu Geld hat sich verändert und dadurch komischerweise, obwohl das hier eine ganz andere Branche ist, in der er arbeitet, wobei die Hintergründe ja gleich sind, mein Fokus liegt auch Menschen dabei zu helfen, sich positiv zu entwickeln, eher im Bereich Gesundheit, Sport und bei ihm ist es natürlich in dem Bereich Unternehmertum und das hat mich persönlich oder mir persönlich sehr viel geholfen. Meine Auftragslage hat sich dadurch ganz, ganz deutlich verbessert und ich muss wirklich sagen, was mir am meisten bei ihm gefällt, ist einfach dieses Real Talk. Er sagt das, was er denkt, er nimmt kein Blatt vom Mund, aber das, was er sagt, ist immer im Hintergrund, dass er dich persönlich weiterbringt, dass er dir persönlich hilft, dich weiterzuentwickeln und genau das ist mein Anreiz auch an dich. Wenn du dich weiterentwickeln willst, wenn du als Unternehmer dich verbessern willst, dann kann ich dir nur empfehlen, mit ihm zu arbeiten. Es wird dir vielleicht nicht immer alles gefallen, was er sagt, aber wie gesagt, wenn er das sagt, nur um dich weiterzubringen und dir zu helfen. Also von daher, mach es einfach und du wirst es merken.